Der Startschuss ist gefallen. In der Lagune wurde von Freitag zu Samstag 24 Stunden durchgeschwommen. Zu Beginn waren die Bahnen schon gut gefüllt. In den Abendstunden sind immer mehr Schwimmbegeisterte abgetaucht. Die Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hatten mit dem Zählen der zurückgelegten Runden voll zu tun. Sie waren im Dauereinsatz. Mit wenig Schlaf kommt jemand vorbei, bringt was zu essen oder zu trinken mit. Und eigentlich sind es viele lustige Gespräche, viel Spaß auch am Beckenrand im Wasser. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir am nächsten Tag alle aussehen. Da haben wir bestimmt alle riesengroße Augenringe, aber manche fahren auch nach Hause, schlafen dort in aller Ruhe und kommen dann morgen frisch und munter wieder. An der Anmeldung gab es keine Pause. Die Mitmachkarten mussten ausgefüllt werden. Und das gleich 1944 Mal. So viele Lausitzer sind gekommen. Das ist ein neuer Rekord. Für die Lagune ist das 24-Stunden-Schwimmen ein Besuchermagnet. Also für uns ist es immer wieder ein ganz besonderes Ereignis mit der DLRG, das zusammen zu machen, beziehungsweise schön, dass die DLRG das mit uns zusammen macht. Das ist natürlich Werbung für die Stadt Cottbus, das ist Werbung für das Schwimmen an sich und ist natürlich auch Werbung für unser Haus. Also wir sind jedes Mal froh, wenn wir das hier machen können. Insgesamt wurden 5.092 Kilometer zurückgelegt. Die DLRG hat damit das diesjährige Ziel erreicht. In der Lagune wurde seit dem Bestehen der Veranstaltung jetzt einmal die Erde umrundet. Der jüngste Teilnehmer war übrigens drei Jahre und der älteste 82 Jahre alt. Das 24-Stunden-Schwimmen ist somit in jeder Altersklasse beliebt. Das 24-Stunden-Schwimmen ist somit in jeder Altersklasse beliebt.